Willkommen zu einer weiteren Folge Lethal Company mit Papo, der hier gerade ganz euphorisch am PC schon eintippt, denn wir holen uns jetzt mal eine bessere Flashlight. Es gibt Waffen und wir besuchen dieses Mal neue Planeten. Das Game ist unfassbar sick. Also es ist zum Beispiel auch so, wenn wir auf einen anderen Planeten gehen, dass es immer andere Monster gibt. Je nach Wetterbedingung, beispielsweise Gewitter, bekommen wir einen Blitzschlag ab, wenn wir dann mit Teiler eine Gegenstände in der Hand haben. Also es ist so, so, so umfangreich, das Spiel. Man muss sich einfach nur darauf einlassen und es kennenlernen. Es wird noch richtig cool. Ich finde es jetzt schon mega nice. Und Papos unten in der Beschreibung verlinkt. Wir würden uns beide wie immer freuen, wenn ihr vorbeischaut und unsere Live-Community sind auch am Start und sagen Hallo. Hallo Communities, jetzt müsst ihr Hallo sagen. Okay, ich habe jetzt noch mal ein paar Sachen gekauft. Geil. So, sind wir schon gelandet? Nee, ich glaube, du musst den Hebel drücken. Kann ich aber nicht. Dann mache ich das. Du kannst das wirklich? Ja. Und für alle, die das Spiel nicht kennen, das ist ein Game, in dem wir bei einer Metall-Company arbeiten. Und wir haben immer drei Tage Zeit, um eine gewisse Summe hier, 224, muss am Ende rauskommen an Materialwert, den wir hier einsacken müssen. Das Problem ist, jeder Planet, jede Gegebenheit sind anders und wenn wir das nicht schaffen, passiert am dritten Tag was Schlimmes. Das ist hier Deadline drei Tage und wir arbeiten quasi in einer Company, ich gehe jetzt raus. Papo muss ja auch irgendwo sein, je nachdem ob Tag, ob Nacht ist, gibt es ja andere Gefahren und das Spiel wird auch immer schwerer. Deswegen schaut gerne den ersten Part an. So Papo, wohin muss ich? Wo sind denn unsere Bestellschutz Sachen? Ich weiß gar nicht, wo wir unsere Sachen... Ah, hier. Ach da, aha, hier kommen sie. Die Musik. Da haben sie gerade, okay. Papo, fühl es. Kommt mal eins. Ich habe eine Flashlight. Eins. So geil, ich lieb das. Okay. Ja, ich habe die Waffe. Flashy. Ich habe auch eine Schaufel. Ich weiß nicht, was man damit machen kann. Geil. Anscheinend verprüfen. Okay, wohin sollen wir? Wo ist denn der Eingang? Main Entrance. Ja, können wir nochmal... Okay, da ist Main Entrance. Okay, was ist das für eine Musik? Wahrscheinlich hier irgendwie hoch, ne? Ich höre keine Musik. Hä, hörst du keine Musik? Ja. Nee. Doch. Klar. Aber doch keine Angst. Doch, ich höre so Klaviermusik. Jetzt ist sie weg. Die habe ich gar nicht gehört. Das ist gruselig. Die will ich mal haben, wenn ich heirate. Dann soll die Musik kommen, wenn ich einlaufe. Ich habe einen schlechten Weg gegangen. Ach so, jetzt ein anderer Weg als sonst auch, oder? Ich weiß nicht. Wir waren auf dem Planeten hier noch nicht. Das Echo soll übrigens... Ach so, deswegen. Das Echo soll übrigens so sein. Also Papu, wir sind ein Team. Okay. Wir gehen da zusammen rein und machen dem Boss glücklich. Ich verprügel die. Bist du bereit? Ich bin bereit. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, go, go. Juhu. So. Okay. Oh, da vorne liegt schon Metall, guck mal. Okay, ich hole. Und dann nehmen wir das Metall und tun es vor die Tür rauslegen, oder? Oder hier hin? Genau, 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 genau. Okay. Wie mache ich Taschen aber an? Okay, wenn ich jetzt auf die Schaufen wechsle? Okay, Vorsicht, alles abschauen. Ja. Oh, oh. Was war das? Ah, Papu! Was war das? Was war das? Papu! Ich hasse das Spiel. Papu, Papu, schau mich an. Alles wird gut. Was hast du da drin gesehen? Ich weiß es nicht. Es hat nur rumgeschrien und ich hatte ein bisschen Angst. Und dann bin ich rausgelaufen und jetzt bin ich hier. Okay, das Gleiche kann ich auch sagen. Wir haben ein Problem. Was sollen wir tun? Sollen wir jetzt einfach das Metall holen und schnell reinbringen? Oder sollen wir wieder rein? Wir gehen nochmal rein, oder? Lass uns mal reingehen. Let's go. Drei, zwei, eins, let's go. Okay, reicht. Reicht. Okay. Reicht, okay. Oh mein Gott, okay. Klippen, das muss unbedingt als Clip verwendet werden. Okay, wollen wir kurz das ins Raumschiff bringen? Übrigens, wenn es nachts wird, müssen wir unbedingt nach Hause ins Raumschiff. Gestern kommen wir nicht mehr raus, weil dann kommen hier auch Gefahren. Also nachts in Eurita? Ja. Die Sache ist, es gibt ja manche Monster, die hören was, manche sehen Licht, manche kannst du mit Licht verscheuchen, manche hören uns. Was ist mit dem? Wir wissen ja gar nicht, was das Agro macht. Der ist einfach ekeler. Der ist einfach ein ekeler Fremd. Ich würde sagen, wir gehen nochmal rein, oder? Okay. Ich habe ihn nochmal aufs Mauer gegeben. Ich bin jetzt wieder da. Wollen wir nochmal reingehen? Kannst du den schlagen? Ich schlag den mit der Schaufel. Oh, geil. Okay, komm nochmal. Let's go. Los! Gebt ihm! Ah, greift mich an! Gebt ihm! Mach ihn fernsich! Fünf! Ja! Nice! Du hast ihn getötet! Geil! Was ist denn das eigentlich eklig? Das sieht ja furchtbar aus. Okay, geil. Ähm. Papo? Oha, du blutest ja voll. Oh, Papo! Nee, das ist Orangensaft. Ich kenne das. Ich habe das auch einmal im Monat. Hast du den da drin noch weiter verprügelt, oder? Nee, der ist tot. Dann gehe ich wieder rein. Was? Neer Activity Detected. Hast du es gesehen? Oh, oh. Okay, aber wir hören noch einen, oder? Ja, scheiße. Ich habe auch so... Also, was sagt deine Lebensanzeige? Meine ist rot. Meine auch. Vielleicht sollten wir noch ein Metallding nehmen und dann... ...kann abhauen. Ich gehe mal hier nach oben. Ah, da ist noch einer! Oh nein, Papo! Ah! Ah! Okay, ich habe ein Telefon. Lass es gehen. Okay. Aua, mir geht es ganz schlecht. Ja, mir auch. Oh, ich habe Bauchweh. Okay, ich will hier raus. Ich will hier raus. Ich kann nicht weg. Okay, schnell. Bevor es dunkel wird, ne? Weil ab 18 Uhr geht hier die Post ab. Ab 18 Uhr geht die Post ab? Ja. Komme ich jetzt hier runter? Ah, hier. Au. Okay. Schnell, Papo, schnell! Wo ist unser Schiff? Papo? Papo? Ja? Wo bist du? Ich bin wieder oben langgegangen. Ach so, shit. Ich bin unten langgegangen. Wo bist du? Ähm... Ah, hier. Hier oben. Ja, okay. Ich weiß noch nicht, ob ich hier... Kann ich hier runterjumpen oder sterbe ich dann? Ja, mach lieber geh und schmeiß es runter und dann gehen wir die Treppen runter. Aber hier gibt es gar keine Treppen. Sonst springen wir da rüber, das passt. So sind wir auch hergekommen. Oh. Okay. Okay, let's go. Wo ist das Schiff? Und dann hier lang. Okay. Schnell, wir haben nur noch ein paar Minuten oder Sekunden. Wohin? Ich glaube hier lang und dann da. Scheiße. Ja, irgendwo hier hinten muss es sein. Oh nein, Papu, es ist gleich 18 Uhr. Da ist es. Da ist es. Ja. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich habe dem Ding einfach dreimal mit der Schaufel auf den Kopf geschlagen und es hat gebracht. Geil. Hat es gebracht. Perfekt. Kannst du es nehmen, oder? Ja, warte. Okay, nice. Aua. So, das sind schon mal fast 100. Das sollte reichen. Lass uns fahren. Dann starten wir jetzt das Schiff. Erstmal die Taschenlampe aufladen. Ja. Puh, ey. Die Monster sind echt immer anders, gell? Ja. Wie siehst du das da rein, ey? Okay, sollen wir da einen anderen Mond nehmen? Ja, würde ich sagen, oder? Wir haben ja, wie viele Tage haben wir denn noch Zeit? Warum bist du the laziest employee? The most paranoid employee? Du hast doch das meiste gemacht. Ich weiß es nicht. Weit mal. Spüren wir gerne mal nicht. Scheiße. Zwei Tage noch left. Okay. Magst du nochmal raus, oder? Ja, wir müssen jetzt ja wieder irgendwie irgendeinen Mond ansteuern nochmal. Ja. Gucken wir mal, welche Monde jetzt gerade welche Wetterbedingungen haben. Und welche wir auch noch nicht hatten. Ja, March würde ich sagen. Nehmen wir mal. March ist gerade gut. Mhm. Confirm. Okay. Hier schreibt jemand in den Chat, darf nicht schreien, Baby schläft. Ja, das ist natürlich... Es ist okay, Papa und Gnud und Kinder traumatisieren. Okay, Landship, let's go. Yeah. Boah, den hast du aber euphorisch gedrückt. Klebt? Ja. Warte mal, oh, das ist March. It's afforded. Oh, da läuft was. Hast du es da vorne gesehen? Nein. Was? Wo? Da vorne läuft was. Wo? Direkt vor und zwar ist es gelaufen. Nein. Okay. Hört doch. Oh, da müssen wir doch auch hin. Da oben auf dem Hügel. Siehst du das da? Da oben auf dem Hügel? Ich will es, ich will es, ich will es Mantic heulen. Ach, schade. Ach, schade. Was ist los? Ich glaube, es ist zu verprügeln, aber okay. Da drin jetzt ist es doch genug, was du verprügeln kannst. Die Frage ist halt, ob man sonst noch irgendwas findet. Hier, ob es immer nur diese einen Main Entrance gibt und da sind die Sachen. Oder ob es draußen auch noch irgendwas Tolles gibt. Ich nehme an, es ist immer in der Facility. Ja. Diese verdammte Facility. Diese verdammte Facilities. Hey, das ist aber ein cooler Eingang. Ja. So, bist du bereit? Drei, zwei, eins. Ja. Oh. Shit. War schon was? Oh, guck mal. Ich glaube, es war ich. Es war ich mit der Schaufel. Oh nein, Papu, ich habe was gefunden, was dich sehr nerven könnte. Nein, das ist perfekt. Das ist perfekt. Genau so sollte das sein. Darf ich mal deinen Arsch anfassen? Darf ich? Klar. Er macht aber tolle Geräusche. Warte mal, bitte. Ey, das ist voll nett irgendwie. Du kommst rein und machst so... So, aber jetzt wird es gefährlich genug. Konzentration. Ja, ja, ja. Mal hier checken. Ist hier irgendwas? Ist nix. Nee. Okay. Ey, was würde ich geben, wenn meine Hupen so ein Geräusch machen würden, wenn man sie anfasst? Bei jeder Umarmung am Community-Treffen. Hier gibt's nichts. Das ist auch so ein dummes Hupen irgendwie, oder? Das ist auch nicht mal cool. Das ist einfach so... Gibt's da drüben am Arschten? Nein. Okay, also wir können hier lang. Warte. Hier ist ein Fire-Exit. Ich hör' auch was. Denk hat den Strom an deiner Lampe, ne? Oh, hier ist Nebel. Ja, das mag ich reingehen, ne? Könnte giftig sein. Könnte wirklich giftig sein. Oh, was ist denn das hier? Oh, warte mal, hab ich dir grad einen Schaden gemacht? Oh, ist mich geschlagen. Oh, sorry. Das war nicht mit Absicht. Okay, dann gehen wir noch mal hier lang. Ja. Was war das? Du, du. Du musst doch echt immer genau hinhören, ne? Ist da nicht irgendwas... Oh, da können wir auch lang. Ja, können wir auch versuchen. Hm. Ist so lustig, wie du läufst? Ich fang jetzt hin. Okay. Ah. Aber da kann man ja auch noch langen, ne? Da hinten, da war ich schon. Da war nix. Okay, dann gehen wir ja mal durch die Tür durch. Oder wir gehen hinneben. So. Dann sind die da. Ich hör' was. Oh, hier ist was. Oder? Nee. Machst du auch immer Rechtsklick, dass wir scannen? Ah, hier ein Stoffschild. Hast du Platz da, ne? Ja. Cool, damit kann ich auch schlagen. Sehr gut. Soll wir in deine Nebel gehen und einfach verprügeln, was uns dort erwartet? Äh, das können wir machen, aber vielleicht töntet uns der Nebel an sich auch. Das müsste mal... Ah ja, wir haben eine... Ja, wir haben eine Maske. Marie-Carrie, danke schön. Was? Oh, sorry. Achso, das war nicht an mich. Ich kann mich ja in Game nicht mühden, das hab ich gerade vergeheuertscheckt. Macht nix. Warte mal, war das hier? Ne, hier war das Fall. Ah, guck mal, ihr könnt doch rüberspringen, oder? Da müssen wir rüberspringen. Okay, ich versuch's. Oh Gott, Papa, lass mich nicht allein. Ja, sehr gut. Ich hab' an ihm auch. Ich hab' an ihm auch. Okay, ich hab's geschafft. Oh, okay, Achtung, die hier sind Mien. Oh. Oh, hast du es gehört? Das ist da vorne, ist ne Mine, darfst du nicht nah dran gehen. Okay. Okay. Ich hab' ne Granate dabei. Sehr gut. Oh, was war das? Das war so ne Mine. Dieses Piep. Die, dieses... Das sind die Mien. Was, was, was? Attaschenabeln, bist du aus? Shit. Ich hab' nicht lang. Ich hab' keinen Taschenabeln mehr. Ich hör' ihr was. Oh, shit. Wir müssen zurück. Wir müssen zurück. Wir müssen zurück. Ich bin tot. Ich auch. Was war das? Oh nein, uns hat irgendwas gepflegt. Oh, shit. Also, wir müssen eigentlich jetzt 224 finden, sonst sind wir tot. Ach, warte mal, alles ist weg. Ja. Wir müssen immer direkt danach in unsere Firma und das abgeben. Oh nein. Ja. Oh, was ist jetzt los? Achso. Ich hab' das Licht kurz ausgemacht. Oh, scheiße. Das ist ja richtig blöd. Komm, wir schaffen das. Ich will wieder meine Trompete haben. Das Leben hat keinen Sinn. Also, gehen wir wieder zu Moons, ja? Mhm. Okay, dann gehen wir zu einem, wo wir schon waren, aber der uns nichts kostet. Ja. Und wo grad gutes Wetter ist. Ja. Ich hole mir das Geräusch mit meinem Stream Deck. Ja. So, Walkie Talkie wär' natürlich auch was Tolles, oder? Ja, das wär' halt episch. You're in Deep Access File. Äh, gib mal, gib mal ein. S-I-G-U-R-D. U-R-D? S-I-G-U-R-D. Wahrscheinlich bringt das nichts. Ja, Sigurd. First Log. To read a log, use keyword View. To follow its name. Okay, nochmal, wie, wie war der Code? Warte. Äh, shit. S-I-G-U-R-D. Ja, Sigurd, okay. Das Action was not compatible. So was steht irgendwas mit File Access. Deswegen dachte ich mir. Gut, dann halt nicht. First Log, Sound Blank the Walls. Okay. Na gut. Okay, äh, Land Ship. So, dann gehen wir jetzt nochmal richtig rein. Ja. Verdammt. Hast du die Taschenlampe aufgehoben? Ja, ne? Ja, die grüne. Aus der McDonald's Tüte. Aus dem Mac-Menü. So sieht die nämlich auch aus. Nochmal aufladen, bevor wir losgehen. Hab ich. Die Lampe aus dem Mac-Menü. Hahaha. Okay, let's go auf Speedrun, weil wir müssen jetzt echt viel finden. Ja, ich glaub da hinten war der Eingang. Zweimal hin und zurück bringen, das ist echt nicht ohne. Jetzt haben wir auch nichts mehr zum Verprügeln. Aber warte mal, bei uns kommt, als kommen wir jetzt noch so ein Raumschiff. Wir haben ja Walkie Talkies noch bestellt. Oh. Kommt auch hier runter eigentlich, ne? Ich glaub, es ist immer randomized. Ich mich richtig erinnere. Deswegen ist die Musik so schön laut. Naja, da ist es ja, das Amazon-Paket. Amazon Prime. So, ein Walkie Talkie für dich, ein Walkie Talkie für mich. Oh, das ist süß, die Musik. Hörst du mich jetzt durchs Walkie Talkie, oder wie funktioniert das? Mein Power-Button-Cue. Hallo. 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 Hörst du mich? Hören sie mich? Ja, mit links, mit links, richtig? Sehr gut. Over. Okay, äh, wo ist denn der Eingang gewesen? Äh. Brauchen einfach schon viel, viel zu lange. Juhu. Da hinten ist er, hier hinten, genau. Hier lang, ne? Ja. Cam. Und wenn man zum Beispiel zu einem Planeten geht, wenn Eclipse ist, dann geht die Kacke richtig ab. Wir gehen rein. Okay. 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 Ich habe Angst. okay es ist so geil gemacht ja ich bin hier das ist ja so cool gemachtes walkie talkie habe ich hab da was mit die tür aufmachen gehört bist du da hingehen mit mir vorsichtig selbst schlussanlage irgendwie ausmachen ja guck mal ich bin jetzt hinter der jetzt kann die mir nix ok das gewonnen oder ja anschlüssel kann man weitergehen hapo weißt du was das bedeutet die gibt es andere menschen die das aufgestellt haben ja wir sind nicht allein ja aber ob das gut ist weiß ich nicht was man hier lang gehen genau sieht aus wie den letzten wir sind immer random generiert glaube ich hier ist noch eine tür ja hier vorne ist nichts mehr oder doch auch weil sie nicht aber die dunkelheit die macht mir noch ein bisschen zu schaffen dann lass es mal gucken ob bei dir was ist was es muss mal darüber springen denkt dran die lampe auszumachen wenn es hell ist ja da hinten war nichts oder kann man runterfallen ja dann lieber nicht ja das sieht man ja kaum aber ich glaube ich habe es gefunden strom anja aber ich glaube strom ist schon an ok gehen wir jetzt hier in die dunkelheit wieder ab in die dunkelheit hier gibt es glaube ich richtig viel staff oder ich hoffe es ist gar nichts kann doch nicht sein ist ja gar nichts oh ja ok warte kommen genau stelle ich nämlich das war schon besser so gerade ja so perfekt ich habe dahinten ging es weiter und wieder leer jetzt runter und meine auch passiert ist so eine tür die irgendwie aufgeht oder ich sehe das doch die können wir bestimmt einschlagen mit gewissen sachen außerdem habe ich noch schlüssel für verschlossene türen ok ich glaube ich habe ein bisschen leider fast den sprung wagen ja ich glaube auch und hier geht es auch runter geht es ja auch weiter ja dann gehen wir da noch mal lang war das nicht mal kurz gucken nee hier ist nix verdammt noch mal so eine schlechte ausbeute nachdem wir gestorben sind ja wirklich richtig scheiß scheibenkleister okay ich glaube an dich bist du nicht vielleicht lieber so machen geht das ja auch geht es ja viel besser erst mal ins licht oder ja ja wir haben keine tasche noch mehr oh ich habe glaube ich ein schluss ich höre doch was stampfen ich bin halt ein maximaler geier weißt du müssen halt leider echt noch mehr sammeln ja eigentlich schon ich habe einen schlüssel benutzt da ist dunkel schlüssel benutzt sehr gut lockt ich benutze noch einen ok ist auch nichts wofür benutze ich denn hier einen schlüssel ah doch hier hier ist was oder oh ein Eckbieter Eckbieter kannst du mal ein paar Eier schlagen geil hast du welche dabei nee zufällig gerade nicht ach schade rum ist auch gar nichts ok müssen wir wieder zurück ich hätte halt gern auch noch einen großen was großes mann einen großen ach du weißt was ich mein toll bist du dir sicher ja sonst bleibt ja keine andere Wahl ich habe was ich habe was geil ok lass uns ab komm komm wir gehen zurück wir gehen zurück wir gehen zurück papo 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 lauf hier nein falsche richtung hier lang hier lang papo papo er hängt dir am arsch scheiße ist der schnell oh fuck jetzt bin ich nein lass mich nein 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 papo papo du musst hier rüber papo nein der kommt auf und draußen sind auch schon gegner der kam da ja mit rüber der sack ja ich wollte sagen der ist doch gerade hinterher gesprungen oder komm nochmal lieber vorsichtiger und dann am anfang direktes zur firma bringen sind schon wieder gestorben ja das haben wir nur noch keinen tag mit 224 müssen okay dann müssen wir jetzt noch mal in gehen aber wir schaffen es gar nicht weil wir können jetzt ja nachdem wir alles hergebracht haben können wir ja gar nicht mehr zur facility weiß also ich glaube wenn wir jetzt landen können wir dann zur firma das abgeben ja ich glaube das geht noch okay dann lassen wir das machen der autopilot ship is already orbiting das moon okay wir landen hier nochmal you have to meet the quota use the terminal to route to company and sell nee guck mal wir können nicht mehr wir müssen jetzt also sind wir jetzt schon tot ja ja dann würde ich jetzt hier in diese steckdose leiste greifen okay hat sich wirklich echt angehört ach so okay ja ja gut dann landen wir und machen nochmal neu company und nochmal neu dann ne ja naja ja die das ja ja naja das wir sind ready wir haben ja nichts da gar nichts ja also sorry wir haben versuchten hallo Es ist ein. Oh, Gebeil. Dann soll der mich jetzt bitte auch mitnehmen. Papo. Der hat Papo. Oh mein Gott. Papo. Take me. Du musst mal die Klingel spammen. Ich glaube, dann wirst du mitgenommen. Also wenn die Tür offen ist, gleich. Jetzt. Ja. Oh mein Gott. Okay, Papo, komm nochmal. Schaffen wir jetzt. So, okay. Kann das nicht so schwer sein? Wir müssen das jetzt mal hier richtig fissionell angehen. Konzentration. Sobald wir was haben, zurück zum Schiff und abgeben. Es müssen halt die großen Teile sein, leider. Oh mein Gott. Ja. Okay. Deadline now. Prophet Quota. Wir werden jetzt, glaube ich... Oh, lass uns festhalten. Das ist so furchtbar, dieser Tod, wirklich. Das ist so gemein. Überfeiert. Das ist so furchtbar. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, nochmal. Das war schade. Komm, wir schaffen das nochmal, nochmal. Normal, normal. Okay. So. Dann jetzt nochmal. Ach, guck mal, wir wurden zurückgesetzt. Wir sind jetzt bei 130. Soll ich nochmal neu laden? Nee, passt schon, passt schon, passt schon. So, wir müssen jetzt wieder... Ja, aber wir sind jetzt bei 130. Unser Spielstand wurde ja resettet, so gesehen. Ja, ja. Jedes Mal, wenn wir das nicht schaffen, wird wahrscheinlich wieder auf null gestellt. Ach, das weißt du. Das ist so ein Post. Nehme ich mal an. Okay, vielleicht hätte ich uns einfach neu geladen. Das können wir versuchen, aber ich glaube, wir werden trotzdem wieder auf 130 sein. Ja, lass mal probieren. Ich lade dich ein. So, das probieren wir jetzt aber mal. Mal gucken. So, host the game. Nö, die... Oh shit, die wird wirklich zurück... Oder? Wird die zurückgesetzt? Nö. Friends only confirmed. So. Jetzt lade ich ihn nochmal ein. Verdammt, das wird wirklich zurückgesetzt. Mann, das ist ja voll... Das ist ja wie... Äh, Ding. Dark Souls, ja. Jetzt verstehe ich. You're right. Hallo. Ja, du hast recht. Also müssen wir uns umso mehr konzentrieren. Also umso schwitziger wird das Game auf jeden Fall. Ja. Wo möchtest du denn? Experimentation oder Erschuldung? Allerste. Lass erstmal auf die leichtesten Planeten gehen. Jetzt wird reingeschwitzt, Leute. Jetzt wird geschwitzt. Jetzt schwitzen wir richtig. Mir ist warm. Jetzt wird richtig geschwitzt. Jetzt wird's... Wenn sich das immer wieder zurücksetzt, ist ja furchtbar. Okay. Was sollen wir an Sack mit... Ne, ist das bei uns... Ich glaube, wir brauchen erstmal... Ich würde nochmal sparen. Ich glaube, wir brauchen erstmal gar nichts. Die erste... Gar nichts. Nicht eine Flashlight? Wenn das geht. Ich glaube, wir haben noch gar nicht genug Geld für zwei. Doch, haben wir. Wir haben 60 und eine Flashlight kostet 15. Ja. Es wird einfach zwei Flashlights und das war's. Mehr würde ich nicht kaufen. Okay. Okay, und dann können wir den Bums landen. Oder du landen es mal. Oder ich, oder ich kann nicht. Ja. Ja. Okay. Wir schaffen das. Die verlangen nicht viel von uns. Lücken müssen wir zusammen bekommen. So, das schaffen wir jetzt. Ja, den kennen wir schon. Easy, easy. Lemon squeezy. Aber Taschenlampe kommt, ne? Lemon squeezy. Genau, die kommen. Oh. Oh, die bringt voll viel. Ich hab sie. Ich hab sie. Ha, 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 ha. Aua, aua. Papo, wo ist das Schiff? Ah, Papo, wo ist das Schiff? Ich bin gleich tot. Oh Gott. Ach, du Scheiße. Ich muss weg hier. Papo, die bringen mich um. Papo, die bringen mich um. Oh Gott. Also, ich bin jetzt fast tot, aber das ist nicht schlimm. Ich hab jetzt den Bienenstock bei uns rein ins Schiff. Das heißt, es gibt 100. Das heißt, sie brauchen eigentlich nicht mehr viel, ne? Die Bienen sind jetzt bei uns im Schiff, glaube ich, ne? Ja, aber das kostet... Das Ding ist 100 wert. Damit haben wir es gleich geschafft. Ah, ah, Papa! Ah, ah. Ah, 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 ah. Ich weiß nicht, ob das so schade war genug. Das scheiß Teil bringt 100. Hier ist nämlich doch so ein, so ein, so ein, so ein Biegenschwabe. Lass doch mal nicht hingehen. 100 bringt es. 100! Wir müssen überleben sollten. Eigentlich müssen wir das jetzt noch aus dem Schiff rausholen, ne? Ne, das bringt 100. Na, okay. Deswegen, wir müssen nicht mehr viel holen. Wir müssen nur damit reißen. Wir müssen, ja. Wir müssen nur die giftigen Fliegen, äh, giftigen Bienen mitreißen. Die, wenn du mit der Schwiegermutter reißt. Papo, das ist das Gleiche, wenn du mit... Da ist, da ist ein grüner Kuh. Oh ja, das ist scheiße, ja. Aber das ist wie, wenn du mit der Schwiegermutter reißt jetzt. Oh, das war knapp. Ja. Metall, Natte. Geil. Locked? Locked. Alter, scheiß Glibberdings kommt jetzt, ne? Ne, ich hab die Tür zugemacht. Der kommt nicht durch die Tür durch. Okay. Dann hoffe ich mal, dass es hier weitergeht. Aber der ist ja ein One-Shot. Ja. Wo? Hier liegt was? Eine Dust-Pen. Eine was? Eine Dust-Pen. Sehr gut. Hier ist noch was. Hier ist auch ein Exit. Das ist sehr gut. Aber hier ist nichts mit dem Aufheben, ne? Ne. Ah, doch hier, oder? Die Flasche kann man nicht mitnehmen. Du hast auch noch nichts, oder? Ich hatte noch nichts, ne. Okay, wir müssen dann, glaube ich, da ran, wo dieser blöde Flop ist. Warte, kann ich mal gucken, wie viel das wert ist? 20. 20. Das reicht noch nicht. Das reicht noch nicht, leider. Kann ich sparen? Ja. Okay. Warte, komm mal zu mir. Ich könnte es in eine Richtung, glaube ich, lenken. Boah, das ist aber ganz schön groß. Komm mit Ding. Kannst du da dran vorbei? Ja. Okay, mach. Komm mit. Oh, das ist dunkel. Ich glaube, das kann man mit Licht wegmachen, oder? Ja, gut, komm jetzt hin zu uns, ne? Ich habe eine neue Kreatur. Oh, shit. Okay. Wir, oh, wir haben ein Problem. Ah, ah, Papu, Hilfe! Papu, es hängt an meinem Kopf. Du musst mir helfen, bitte. Papu, Papu. Scheiße, du bist ein Tod. Scheiße, oh mein Gott, nein. Shit. Shit. Der muss das schaffen jetzt. Ich hoffe, er reicht nämlich nicht. Ne, der muss, ja, doch, das ist gut, das ist gut, das ist gut, das ist gut, das ist sehr gut sogar. Sehr, sehr taktisch schlau. Sehr gut. Ja, 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 sehr gut, Papu, raus, jetzt raus. Einfach nur noch raus. Lebst du noch? Nein, raus. Geh raus, ja, sehr gut, raus. Oh, gut, sehr gut. Uh. Geh raus. Oh nein. Okay. Jetzt bin ich aber gespannt, was diese dummen Bienen machen. Ich bin mir halt jetzt aber auch nur unsicher, ob das mit den Bienen so eine gute Idee war auf dem Schiff. Das war eine sehr gute Idee. Weil ich nicht genau weiß, ob ich jetzt aufs Schiff komme, ohne zu sterben. Doch, 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 doch. Die brauchen ganz schön lang. Spektatieren Papu. Spektatieren Papu. Von der anderen Seite komme ich nicht rein, ne? Nee. Ich höre die schon. Oh je. Ich hoffe, die bringen ihn nicht um. Trotz des Struggles. Wie bitte? Du müsstest sonst einfach nur den Kasten ein bisschen näher an die, also ein bisschen weiter weg von den Treppen stellen. Ich glaube, wenn du einfach nur schnell das Ding startest, dann macht dir das nichts, weil die brauchen schon ein paar Schläge, um dich zu töten. Also einfach schnell starten. Ich werde es versuchen. Und dann komme ich rein und dann schnell zur Facility. Ich weiß nicht, ob du es jetzt gebracht hast oder nicht. Scheiße, Mann. Fuck, es tut mir so leid. Oh, scheiße. Nein. Ich glaube, das hat nicht funktioniert. Nein, es ist so beleid. Komm, das schaffen wir. Gehen wir nochmal in die Insel und ich mache keinen Scheiß. Okay, ich dachte... Ja, wir gehen nochmal runter. Wir lassen mal keine B... Scheiße. Meine Taschen waren bereicht. Oh, shit. Okay, let's go. Wir gehen jetzt schnell rein, schnell raus. Es wird eine sichere Nummer. Okay, let's go. Also wir haben... Profit, 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 profit. Profit, 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 profit. Kann es nicht sein, dass hier alles überschwemmt wird nachher? Ja. Scheiße. Wir müssen uns beeilen. So schnell sein. Wie der Wind. Okay. Boah, das ist riesig hier. Wo? Ja? Wo bist du? Hier? Irgendwo? Ja, ja, follow me. Oh, ich habe zwei Sachen gefunden. Geil. Kannst du die beide tragen? Bist du im Dunklen? Warte, ich komm. Okay, ja, ich kann es tragen. Cool, dann weiter geht's. Okay, ich habe schon Fire Act gefunden sonst. Oh, da hinten ist doch eine große Schraube. Ja, auf der anderen Seite, ne? Ja, nice. Das war doch mal guter Loot. Ja, Mann, der Loot ist gut. Oh mein Gott. Du bewegst irgendwas. Das ist ne ekelhafte Sache. Scheiße, der Auflauf. Okay, was war das? Das ist ne Sackgasse. Ich hab aber... Warte, ich will hier raus. Sorry. Geh mal hier lang. Ja, besser nicht da, wo das Viech ist. Hier ist ein Key. Gut. Hast du ne Taschenlampe? Die ist leider leer. Hm. Oh oh. Ja, komm schnell. Da geht ne Tür auf. Oh Gott, Hilfe. Papa, ich seh gar nichts. Ich seh auch nix. Aber es ist ja gut, wenn wir jetzt rauskommen. Ah, es lockt. Ich hab nen Schlüssel. Okay. 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 Weiß ich wo lang. Shit, wie groß ist denn das hier? Oh, da ist ein Stück Metall. So, und jetzt raus. Ist lockt. Warte ich mal auf. Okay. So, jetzt nur noch raus hier aus der Scheiße. Wieder lockt. Kacke. Hast du noch nen Schlüssel? Nee, aber vielleicht müssen wir hier irgendwo raus. Mann, wir haben so viel Loot. Wir dürfen jetzt nicht sterben. Ach, das wäre nur die Tür gewesen. Ah, okay, gut. Wir müssen jetzt irgendwie raus. Und wir dürfen noch nicht vergessen, dass ja die Zeit war. Ja, wir müssen zurück, ja. Wir müssen zurück. Ja. Kannst du mal da rüberspringen, oder? Kannst du mal da rüberspringen, lieber Papo? Nee, wir können ja einfach dann rechts und dann sind wir schon da. Lieber Papo. Wieso weißt du den Weg? Weil ich mir das merken kann. Weil ich so crazy bin. Okay. Waren wir hier oben? Nee, unten, oder? Wir sind doch unten und dann auf die andere Seite rüber. Dann kam ja das Monster. Do you remember? Doch, hier ist dieses Sack. Okay. Wir müssen jetzt rum und ganz schnell hier nach links. Ja. Okay, ich bin hinter dir. Da kommt aber... Nee, ich gehe auf die Gelände, auf das Geländer. Okay, das ist ein guter Punkt, aber ich glaube, der trifft sich trotzdem. Der hockt da drüben. Der hässliche. Der Rassel hinter. Okay, komm hier dann. Fällt der nicht runter vielleicht? Gibt ja auch noch andere Ausgänge, vielleicht haben wir Glück. Oh, hier ist noch was unten. Oh, Big Bolt. Soll ich den holen? Habe ich. Locked. Verdammt. 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 Verdammte Axt. Ja. Okay. Da müssen wir doch da lang wo's Monster ist. Da müssen wir doch da vorbei, ne? Ich mag die, die wiggel, wiggel, wiggel. Oh, hier lang. Bis zum Beispiel wiggel? Action? Hm. Hier lang. Oh nein, ein paar Pappadelle. Verkasse. Oh. 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 Oh nein, oh nein. so aus mann vor allem die dummen monster können ja auch mitspringen ich hatte stress okay er hat es echt geschafft oder ja holly schilder geschafft ok 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 rausgekommen sehr gut das heißt wir haben wir haben profit wir haben ja auch gott steht warum bin ich runtergefallen muss nur noch zum zum boot schwimmen es ist ganz schön schwierig aber cool ich mag das aber merkt später richtig dass man taktisch vorgeht weil man angst hat beide enkel gebrochen dass man stirbt gerade kann ich überhaupt stimmt das ist natürlich eine andere frage ja das glaube ich nämlich nicht weil ich glaube dass auch hier ab einer gewissen zeit alles überflutet ist jetzt nicht der weiße hei kommt dann haben wir es geschafft hallo ok 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 schiff starten geil let's go nice nice ok ich glaub ich hab's ich glaub 26 26 hallo was geht das war fehl ich habe dann irgendwie panisch bekommen auf g kannst du alles schmeißen das nur alles in deinem inventar ja lass uns das mal weg gehen bevor wir jetzt irgendwie wie viel ist das alles wert 57 nur 57 ja wenn du rechtsklick macht ja komm dann gehen wir noch mal auf die gleiche insel schaffen dass ich sterbe auch nicht ich finde es aber cool dass die gegner auch immer anders sind zwei flashlights gebe ich dann ein oder genau zwei oder zwei you could not afford these items haben wir gar nicht kann nur eine bestellen so haben nicht genug geld aber eine kommt okay ich will nicht jedes mal sterben ich hatte halt angst aber warte ich habe eine taschenlampe bestellt eine dann warten wir hier oder ja ich gebe dir die verantwortung der taschenlampe okay man nennt mich auch den taschenland taschenlampen meister ja ich habe eine taschenlampe okay let's go okay völlig aus perfekte game für keys jordan müssen wir eigentlich auch mal mit einladen ja müssen wir machen und jetzt warte hier ist was ich habe eine platte wohin sind die gegner nicht von anfang an da oder kommen die nach einer zeit in den lagerräumen ist echt die wasser freut man sich jedes mal da ist nada das stimmt wohl geht's in die andere richtung oder ich wollte gucken ob da was ist ja das ist zu oh hier ist was oh nice soll ich es nehmen weil du hast ja die lampe ja das ist auch noch eine was ist da perfekt dann lass uns gehen ich glaube damit haben wir schon ausgesorgt ja das stimmt weil mehr können wir dann eh nicht nehmen meine hands sind jedenfalls voll hier lang war das ne ja und wir müssen auch nicht springen das ist mega gut also das ist ein wirklicher glücksgriff da war grad was da war grad was und mit dem tier schon wieder ist das ist für es tut weh ich ich kann nichts machen ich kann es nicht warum immer ich das muss man auf jeden fall bei papo nehmen den klick lustig aus so viel zu nur wollte nicht mehr stehen ja warum immer ich ich hol jetzt noch das kann aber jetzt kritisch sein wenn er das verkackt das ding darf ihn auf keinen fall kriegen das war gerade typisch wenn du irgendwo eine spinne hast und seine beste freundin macht sie nicht weg sehr gut papo okay für die extra stones okay aber eigentlich trotzdem ganz gut auch wenn sie jetzt gestorben ist ja warte mal hierzu anders raus doch nicht warum immer ich das weiß ich glaube da braucht man eine waffe ich glaube das hätte es nur unterhauen können aber so ging es dann leider nicht die scheiße aber du hast mich gerade ja ja ich bringe einfach beides jetzt zurück ja aber gut ich glaube da hätten wir eine schaufel gebraucht ging das ich ja wahrscheinlich ja scheiße ich glaube du hast jetzt die froh dass die dinger sind ja 50 wert oder so 40 ja ja easy wenn du rechtsklick machst siehst du schon wie viel es insgesamt ich hole trotzdem das andere ja dieses scheiß ding gemeinheit so hat sich in mein gesicht vergenuss ferkelt du bist dann auch einfach umgefallen da hat dann keinen bock mehr das war zu viel war mit zu viel zunge aber das muss bestimmt lustig ausgesehen haben und das ist einfach nur da ich bin mal wieder auf ich mag das game das game ist okay so let's go geil da haben wir das schiff wieder gestorben mal leider es ist pain aber jetzt komme ich wieder leute und nächstes mal werde ich definitiv nicht mehr sterben so das wäre ja gelacht aber das ist jeremy der gibt euch liebens tipps da bin ich wieder willkommen zurück es wäre nie was passiert okay dann gehen wir jetzt zur company ja 102 wir haben gar nicht genug das sind nur 102 ne 160 doch wir haben 159 gerade so wie schön nichts geleistet und trotzdem mitkommen das ist doch schön ja wir sind teamsport in dem ich nicht geleistet habe es gelandet dann nehmen wir mal so ein paar sachen mit war ja mir geht es nicht gut gar nicht gut nein das hat voll wehgetan aber überleg mal wie viel wir nachher abgeben müssen das ist doppelt so viel wie jetzt ich weiß auch gar nicht es schaffen wir innerhalb von wenigen tagen klar schaffen wird es okay abstand ja da passiert schon nichts das ist viel das ist echt viel oh ja we did it nice dann können wir jetzt gehen nächste runde let's go paycheck komm wir schaffen das zweite let's go papu komm komm papu komm 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 sollen wir mal auf fans gehen weil da ist gar nicht ja let's go mir gefallen die namen gar nicht der mode ach so ja was haben wir noch was bestellen flashlights hier ja vielleicht eine schaufe für jeden zum rauf fahren shovel zwei ja und flashlights auch noch wird es aber nicht sterben das ist richtig okay zwei schaufeln und der flashlight ist schon echt viel weil was eins hat sich auf fans abandoned 8 2 so ich muss die taschen aber noch schnell aufladen aber ich habe doch eine gestellt aber ich habe ich habe schon eine steht hier landet das wieder wo ich hoffe nicht irgendwo oben auf dem berg oh gott passt auch mir da kann man definitiv sterben ach so du hast zwei so aber schaufel hast du oder nee doch ja ich bin ein flaschen flaschen ich liebe die musik die ist so dumm okay mach die bald dass meine auto card mal hoch oder was ja hier glaube ich rum oder da ich einmal rumlaufen genau blöd ist halt dass die schaufel uns auch ein slot kaputt macht ja aber wenn es unser überleben sich hat ist ja nicht so schlecht da hast du recht man absolut da hast du so recht da wird mir schlecht ich würde gern fliegen wenn ich schon auf dem mond bin dass die schwerkraft ein bisschen auf meiner seite ist ich bin bereit genug ja hier lang ja als team haben wir sie schauen so oder hinten ist was ganz großes aber nur 6 20 wir müssen auch die kleinen sachen mitnehmen ja hier oben ist nirgendwo sind ich habe Angst oh warte 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 bevor du rüber kommst okay ich glaube nämlich dass ich mit dem kann ich mit dem genauso springen ja wahrscheinlich schon ne ja ist eigentlich kein unterschied sehr gut sehr gut okay dann packen wir das mal vor den eingang gehen wir hier weiter wieder da da ist eine selbstschussanlage da ist eine selbstschussanlage gehen wir nochmal kurz nach unten gegen mhm du 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 was war das ja es war natürlich ich bin ja nochmal kurz reingelaufen hier irgendwas oder ich weiß es nicht ich hab Angst auch ein bisschen die decken leuchten wegen gubbels dinge die auf einen rauf fahren können ah stimmt ne hier ist nichts okay dann müssen wir doch leider springen springen nochmal oder was oh hier ist noch was oh ja genau ja weil ich glaube das ist der einzige weg wo es lang geht wo du du jump bist oder ah hier geht es noch weiter okay an dem ding müssen wir vorbei rennen ich habe es noch einmal mit der schaufel geschlagen bringt es was ich bin mal um die ecke gelaufen hinten ich auch okay oh da war was ich höre auch schon wieder ein er kommt nicht gleich den müssen wir zusammen verprügeln wenn er kommt okay oh shit hinter mir hinter mir hinter mir oh nein nein ich bist du auch tot nein scheiße das gibt es doch nicht wir müssen an die anfangsinsel wir sind noch zu nubik ich dachte so eine schaufel reicht aber ich glaube dieses fettige schleimviech das ist zu stark nicht dafür den laziest employee das höre ich aber nicht gern mann alles verloren okay lass mal auf die eins ich sehe das langsam als das problem an dass ich ständig sterbe lass mal an die anfangsinsel gehen was steht da beim ersten mond äh experimentations gab gar nichts assurance is rainy und wow is foggy dann gehen wir auf die erste oder ja weiß geil schwingt mir hinten wir fliegen rein yes arme hoch ja ui yeah du ja solltest tanzen na jetzt solltest du tanzen du bin ich geholfen dass ein wurm mich für genustferkelt hat hä ich hab den nein du hast gar nicht das zugeschaut ich hab den rauf okay ich nehme die taschenlampe und bei dem wo du bleibst es reicht uns eine hier und let's go du gehst voraus ja wir sind ja profis also wir wollen jetzt angefeuert werden vom chat 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 feuert uns an chat giga chat giga chat ach metallplatte geil gar nix hier jetzt voll viel hier ist voll viel drin achso hier oha das ist voll gut geil so was haben wir noch genau das haben wir gebraucht pappadelle genau das hier ist strom hier ist strom hier ist aber schon an davon merke ich aber nix hier ist leider gar nisch okay hier ist nie was in den kack lagern ja die lager sind kacke ok support haben wir auf jeden Fall vom chat gut das heißt wir dürfen die nicht enttäuschen ok 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 man hört mal so geräusche dass wenn die von der decke kommen hier ist schon wieder gar nichts oder? ne doch hier ist wieder so ein kern der gibt richtig viel oh oh shit wir müssen raus radiation ich werde verstrahlt wohin muss ich nach oben ok hier lang ja ich lauf ich lauf oh scheiße nein 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 ja egal ich lauf raus ich lauf bin ich vor der tür bin ich vor der tür bin ich vor der tür das gibt es doch nicht hier ist die tür wo ist die kacktür oh gott ich bin draußen ja oh es ist tot oh 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 diese sau ok komm schnell ich muss zum ich geh da rein ich geh vor ich werde verstrahlt ich bin so schön verstrahlt oh shit ich glaube ich schaffe das nicht shit wie komme ich hier hoch man ok ey wie hast du es raus geschafft genug für du? ich habe einfach nur geradeaus bin ich einfach glauben ich verstrahle gerade ich sterbe gleich aber du machst das dann ohne mich ok? verstrahlst du wirklich? ja hast du Schaden? ja es tut weh es tut aui es tut aui es tut aui aui so die Batterie aber ich glaube ich habe immer mal einen ganz guten ganz guten loot mitgenommen ja ich glaube auch so ich habe beides runter geschmissen stark 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 so ich nehme jetzt den Kern weil ich bin eh schon verwundet aui 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 not aui c nice oi das nenn ich mal ne Ausbeute du h aber warum sieht man nicht? achso wir wissen nicht wieviel der wert ist. value weiß man nicht den wert weiß man nicht von dem kern daran ja okay wie viel brauchen wir denn also wir wissen nicht wie viel der kern wert ist das wissen wir nicht aber können wir öfter zu unserer facility fahren weil dann möchte ich das jetzt kurz mal oder geht es immer nur einmal ihr könnt er öfter hin dann lassen wir jetzt hingehen abgeben dann sehen wir bei der kern dann wissen wie viel der wert ist okay dann steigt das schiff ich bin verstrahlt in so schön verstrahlt ich habe auf einmal eine dritte titte wo ich hätte gerade vollstoffene pizza ich habe ich habe mein leben geopfert ja stimmt du warst ich ganz gut dabei für den kern wird bei der facility das ding ist ich glaube wir jetzt kommen die gehen ich weiß nicht ob es als tag zählt weißt du ne ich glaube nicht hoffentlich aus uns haben wir noch einen okay okay ich stelle den kack kern hin weil der verstrahlt mich ja hier gar nicht doch hier verstrahlt er mich auch ich habe mal gespannt wo haben wir viel stuff okay 77 prozent haben wir schon krass brauchen 30 jahr steht da 77 prozent na gut wie geil geil dann brauchen wir nicht mehr viel nur noch 126 ja komisch aber vielleicht zählen wir brauchen noch die hälfte nicht mal nur noch hunderte schaffen wir fliegen jetzt zu assurance ja also einer leichten am besten ja genau da ist für mich nichts genau ich nehme to route the ship to current it must be orbiting around the moon achso wir müssen landship ne sonst geht das nicht wir nehmen was anderes ja ich versuche es nochmal jaa scha ja jetzt landen wir jetzt müssen wir es schaffen gut ich glaube auch wir nehmen jetzt nur dass du ne taschenlampe nimmst dann haben wir genug griffe frei um alles zu tun was geht ok also 100 und dann können wir raus 100 stück ja ok da hinten war das ganzes mammut aber das schaffen wir wir schaffen das gemeinsam sind wir stark mit der kraft der freundschaft ich bin ja gewohnt mich zu opfern wir gehen wir zum main entrance ne yes oh ja vielleicht überlebe ich ja diesmal auch das wäre so cool das wäre wirklich faszinierend das erinnert mich irgendwie ein bisschen an backrooms auch hier voll ja auch mit den gelben anzügen mhm ok jetzt noch einmal motivierende worte wir gehen rein und zwar jetzt ja oh hier ist direkt was oh hier ist richtig viel geil wo bist du oben ich habe drei lachen aufgesammelt cool ich habe unten noch eine bolt gefunden die habe ich hingelegt vielleicht haben wir es dann schon glaube ich nicht aber leg mal hin dein stuff auf 94 doch wir haben es wir haben es ja ja dann raus direkt geil du hast alle anderen sachen oder ich habe jetzt nur die den äh ja ich habe drei sachen dabei jetzt so die teekanne nice 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 ja ha 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 was ist das da oh oh gott wir haben jetzt ja nur ein äh wir sind jetzt dann quasi level 3 jetzt haben wir level 2 und level 3 haben wir geschafft level 1 auch level 2 und dann sind wir bei level 3 finde ich gut hier ja können wir eigentlich auf alle inseln jetzt schon ne oder doch aber es kostet halt geld ja aber haben wir dort dann einfach mehr sachen zum kollekten oder warum geht man da hin ich nehme an es gibt besseren teureren loot aber es gibt halt auch wahrscheinlich bessere gegner okay so schmeißen wir alles hin ja let's go ja okay easy let's go auf der company einfach schön gedrückt nein start ship let's go hinfort von diesen drecksplaneten wirklich weg dir verflucht seist du ab ins orb great jetzt bin ich aber eine eins das war wirklich gut warum ist immer jemand der lazy ist woran liegt es weiß ich nicht voll wenig xp nur voll wenig xp nur ja okay komm schnell jetzt müssen wir ab zur facility company confirm the flight of the company is in action and now we land the ship yay and then we put all the stuff into the into the aliens mouse and it will be happy yay and we all will be happy okay let's go hazard level oh wir haben ein neues level freigeschaltet oder ne warte mal die taschenlampe wollte ich ne warte mal jetzt habe ich die taschenlampe abgegeben naja egal oh shit egal das ist so ein bisschen auch so eine aussage mit ich kündige meinen job ja vielleicht gib die taschenlampe auch nochmal extra money ist ja geil wenn er die auskotzen würde wieder ne okay 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 schau mal ich höre zu nein nein die vor der quota sogar weil wir so krass sind guck mal ob es neue levels gibt du geh neben und die die den ich hätte gerne einen ichmaske und was wie wollen sie als nächstes von uns ist die frage quarter reached new profit quota mein gott auf jeden fall ist ja also leute sagen wenn ihr ist schon wollt als hilfe dann das ganz viel daumen nach oben da und gibt uns tipps und tricks damit wir das schaffen oder fragen wie kisi weil der weiß alles der mann der weiß alles